Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den panasiatischen Zerstörer auf Stufe 4, die Jianwei am Start. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was die Aussprache angeht. Man findet aber ganz, ganz viele verschiedene Aussprachen für dieses Schiff. Also daher bleiben wir mal bei diesen Namen, würde ich sagen. Und wir schauen uns natürlich alles genau an, was ich dort erstens als Modul nutze. Welche Verbesserungen wir verbaut haben. Dann schauen wir uns die Verbrauchsmaterialien an. Die Werte vergleichen diese mit anderen Zerstörern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch mal direkt beim Modul an. Dort nutze ich Zielsystem Mod 1, um einmal die Streuung der Hauptbatterie und die Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer zu verbessern. Und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Dann kommen wir zu den Verbrauchsmaterialien. Dort haben wir Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites den Nebelerzeuger mit 4 Aufladungen, wo die Nebelwand 70 Sekunden hält. Und zu guter Letzt noch den Motorboost mit 2 Aufladungen, womit die Höchstgeschwindigkeit um 8% erhöht wird. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir mit anderen Zerstörern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 17 Punkte. Trefferpunkte sind 12.500, was leicht überdurchschnittlich ist. Panzerungen sind 6 bis 10 Millimeter. Dazu schauen wir uns natürlich nochmal ganz schnell die Panzerungsgruppen an. Aber nichts Besonderes für einen Zerstörer. Bei der Artillerie haben wir 24 Punkte und bei der Hauptbatterie haben wir 5x120 Millimeter Geschütze mit einer Feuerreichweite von 9,9 Kilometer, was leicht unterdurchschnittlich ist. Einer Ladezeit von 8 Sekunden, was auch leider etwas schlechter ist wie der Durchschnitt. Dauer für die 180 Grad Drehung sind 18 Sekunden, was leicht besser ist wie der Durchschnitt. Und die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 1700 bei einer 8%igen Brandwahrscheinlichkeit und der AP-Granatenhöchstschaden nicht bei 2100. Damit haben wir leider einen leicht unterdurchschnittlichen HE und auch AP-Schaden pro Minute, aber immerhin einen durchschnittlichen Feuerstarter. Bei den Torpedos haben wir 14 Punkte und dort haben wir 2x3 533 Millimeter Torpedowerfer mit einer Ladezeit von 70 Sekunden, was mehr oder weniger genau durchschnittlich Dauer für die 180 Grad Drehung ganz normal 7,2 Sekunden. Der Höchstschaden sind 13.500, was unterdurchschnittlich ist für die Stufe. Torpedo-Erkennbarkeit zur See sind 0,9 Kilometer, was auf jeden Fall ein sehr guter Wert ist für die Stufe. Torpedo-Reichweite sind 7,3 Kilometer, was auf jeden Fall auch überdurchschnittlich gut ist und die Torpedo-Geschwindigkeit sind 60 Knoten, was leicht unterdurchschnittlich ist für die Stufe. Damit haben wir leider einen relativ schlechten Torpedo-Schaden pro Minute. Dadurch, dass wir natürlich so wenig Torpedos haben, das ist natürlich schon ziemlich übel und natürlich ein weiterer Nachteil, dass wir hier die Tiefwassertorpedos haben, wodurch wir keine feindlichen Zerstörer damit treffen können. Bei der Flugabwehr haben wir 8 Punkte und dort haben wir ein 1x4 40 Millimeter Geschütz mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 13 und einer Reichweite von 2,5 Kilometern. Und damit haben wir auch leider nicht wirklich eine sonderlich gute Flugabwehr für die Stufe. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 89 Punkte, Höchstgeschwindigkeit sind 37 Knoten, was etwas besser ist wie der Durchschnitt. Wendekreisradius sind 540 Meter, hier auf jeden Fall auch ein sehr, sehr netter Wendekreisradius. Damit kann man arbeiten. Und die Ruderstellzeit sind 3,2 Sekunden, was mehr oder weniger genau im Durchschnitt liegt. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 95 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 6 Kilometer, was leicht besser ist wie der Durchschnitt. Erkennbarkeit zu Luft sind 3 Kilometer, was genau im Durchschnitt liegt. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 2,1 Kilometer, was leicht besser ist wie der Durchschnitt. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Dang Shishang mit der Basisfähigkeit Ein Quantum Trost. Erhöht den Schaden der Torpedos und verbessert die Verborgenheit des Zerstörers. Was natürlich eine sehr geile Basisfähigkeit ist. Und wir haben in der ersten Reihe geskillt. Unter Wasser Projekt verringert die Ladezeit der Torpedowerfer und erhöht die Geschwindigkeit der Torpedos. Erhöht die Ladezeit der Hauptbatterie des Zerstörers. Hier machen wir natürlich die Torpedos ein bisschen besser, was natürlich sehr angenehm ist. Wir verlieren allerdings ein bisschen Hauptbatterie Nachladezeit. Damit muss man aber leben. Alternativ könnte man auch Kontakt steht unmittelbar bevor nutzen. Hier bekommt man auch die Torpedogeschwindigkeit. Allerdings nicht die Nachladezeit. Hat aber dann auch noch die Nachladezeit der Hauptbatterie. Was natürlich auch eine gute Wahl ist. Wir gehen hier aber mit Unterwasser Projekt. In der zweiten Reihe nutze ich Prüfnerblick, verbessert die Tarnung des Schiffs. Was natürlich immer sehr wichtig ist als Zerstörer. In der dritten Reihe nutze ich aufmerksam. Erhöht die Sichtbarkeit gegnerischer Torpedos. Reduziert den Schaden an ihrem Zerstörer. Und zeigt die Richtung zum nächstgelegenen gegnerischen Schiff an. Das ist natürlich immer ein sehr sehr guter Skill. Weil man einfach dort mehr Informationen hat. Wo der nächstgelegene Gegner ist. Hilft einem natürlich dabei. Erstens wenn man den jagen möchte. Oder auch wenn man natürlich von diesem Schiff abhauen möchte. Alternativ würde ich aber auch sagen. Ist wieder vorrätig auf jeden Fall eine gute Wahl. Um einfach nochmal die Nachladezeit der Torpedowerfer zu verbessern. Man könnte auch noch Torpedosafari für mehr Reichweite nutzen. Allerdings bin ich mit der Reichweite die wir hier so haben relativ zufrieden. Dementsprechend bleibe ich hierbei aufmerksam. In der vierten Reihe nutze ich Nebel über den Wasser. Erhöht die Wirkungsdauer des Nebelerzeugers. Und die Dauer der Nebelwand. Was natürlich immer super ist. Ein bisschen bessere Nebelwand. Ist natürlich nie verkehrt. Und als legendären Skill nutze ich unaufhaltsam. Motorreparaturzeit wird verringert bei beschädigten Motor und oder Ruder. Bleibt ein Teil der Bewegungsfähigkeit erhalten. Das ist natürlich immer sehr sehr wichtig als Zerstörer. Wenn man dort mal in den Kampf verwickelt wird. Dass man das noch weiter nutzen kann. Würde ich dort auch daher auf jeden Fall hier nehmen. Und dann kommen wir schon zu den Inspirationen. Dort nutze ich einmal den Erich Bay. Um die Tarnung zu verbessern. Harmoniert natürlich auch super mit der Basisfähigkeit. Hier haben wir auch noch mal eine bessere Tarnung. Und als zweites nutze ich den William Sims. Um einfach mal ein bisschen mehr Trefferpunkte noch zu haben. Was natürlich angenehm ist. Hier bei den Stufe 4 Schiff. Werden das natürlich dann 4x400 immer 1.600 mehr Leben. Das kann auf jeden Fall in einigen Situationen einen Unterschied machen. Alternativ ist aber natürlich auch der Jersey Swirsky. Eine super Inspiration. Um noch weiter den Tarnwert zu verbessern. Ich habe mich aber erst mal dagegen entschieden auf der Stufe. Weil man dort auf Stufe 4 doch in der Regel nicht unbedingt den allerbesten Tarnwert braucht. Weil die Gegner in der Regel dort auch noch nicht so hohe Kapitäne haben. Und ich würde sagen wir gehen mal direkt ins erste Gameplay. So, wir sind im Gefecht auf der Karte. Verwerfungslinie im Herrschaftsmodus. Mit dabei als Unterstützung haben wir hier den Black Yamato in der Genova. Haben hier ein 4er, 5er Gefecht erwischt. Und 4 Zerstörer, 5 Kreuze an der Runde. Das ist natürlich kein wirklich optimales Matchmaking für einen panasiatischen Zerstörer. Gerade mit einer unterdurchschnittlichen Hop-Batterie, die wir hier haben. Allgemein würde ich auch schon fast empfehlen, an eurer Stelle ein bisschen vielleicht zu warten, wenn ihr an der Linie interessiert seid, diese zu grinden. Weil diese Linie möchte natürlich nicht unbedingt viele Zerstörer in der Runde haben. Und wenn natürlich eine neue Zerstörerlinie draußen ist, dann werden halt viele auch diese Linie grinden. Dementsprechend werden wir natürlich jetzt hier gerade auf den unteren Stufen meistens wirklich 4, 5 Zerstörer pro Team haben. Dementsprechend sind die Schiffe dann halt einfach auch ein bisschen weniger effektiv. Weil man möchte doch schon die Tiefwassertorpedos nutzen. Und wenn dann die Hälfte vom Gegnerteam quasi nicht von den Torpedos getroffen werden kann und die andere Hälfte jetzt, wie bei uns hier in der Runde, halt Kreuzer sind, die in der Regel das so nah haben, dann ist es natürlich schon relativ schwierig, muss ich dazu sagen, das Schiff, ja, einfach effektiv zu nutzen. Dementsprechend kann ich euch halt empfehlen, dort vielleicht ein bisschen zu warten, wenn es ja nicht direkt bei euch eventuell die Linie zu grinden. Einfach, um dort ein paar weniger Zerstörer in der Runde zu haben. Optimalerweise halt, wenn vielleicht irgendwann mal eine neue Schlachtschifflinie veröffentlicht wird, dann ist sicherlich der beste Zeitpunkt, um diese Schiffe zu spielen. So, wir fahren jetzt hier ins B-Cap, haben hier auch noch eine verbündete Mahan hier als Unterstützung. Das ist gut, die hat nämlich eine sehr starke Hauptbatterie. Und da rushen auf jeden Fall schon mal zwei feindliche Kreuzer ins Cap. Drei, okay, ein Zerstörer ist dabei, muss unsere Mahan aufpassen. Okay, ich würde mal sagen, wir hauen hier mal unsere Torpedos in den Bereich. Zwei Kreuzer sind dort, ja. Wie ihr seht, die Tiefwasser-Torpedos haben hier auch ein anderes Symbol. Ist natürlich dann geradezu interessant als Zerstörer-Spieler. Die Dreiecke sind natürlich die normalen Torpedos, die ihr hinten im Hintergrund seht von der Mahan. Und diese, ja, kreisförmigen Torpedos sind halt die Tiefwasser-Torpedos. Diese muss man natürlich als Zerstörer halt auch nicht ausweichen, weil die einen natürlich sowieso nicht treffen können. So, aber das hat auf jeden Fall schon mal gut geklappt. Leider ist unser Zerstörer hier rausgegangen. Aber zwei Torpedotreffer waren notwendig, um noch den Kreuzer rauszunehmen für 11.000 Schaden. Sind jetzt hier auch leider aufgeklärt von der Farragut. Da müssen wir auch sehr aufpassen. Farragut hat natürlich auch eine fantastische Hauptbatterie. Die beste von den Stufe-4-Zerstörern. Tut uns aber hier den Gefallen und nebelt. Das ist gut für uns. Dementsprechend müssen wir uns selber hier nicht nebeln, weil eigentlich waren wir hier in einer relativ schlechten Position. Um 2 gegen 1. Wir sind aber jetzt hier nochmal aufgeklärt, dass die Farragut eventuell aus dem Nebel rausgefahren. Ja, war die Farragut. Müssen uns hier aber erstmal zurückziehen, weil, ja, gegen die zwei können wir natürlich nicht viel machen. Und hier, auch wenn beide kein Sonar haben, ist es dort natürlich sehr, sehr schwierig. Tento konnte auch unseren Torpedos ausweichen. Ziemlich sicher. Dort haben zwei Zerstörer getradet. Der Black Armato ist auf der C-Seite, versucht dort die feindliche Minikase zu bekämpfen. Wir haben eben dort 3x2 Torpedos gesehen. Das heißt, das ist die Minikase. Auch wichtige Information für uns als Zerstörer. Der letzte Zerstörer ist dann bei A. Das heißt, nur die Farragut ist hier beim B-Cap. Wir hauen hier einfach mal die Torpedos raus, auch wenn wir die Reichweite nicht haben. Versuchen aber jetzt hier die Tento ein bisschen dazu bringen, zurückzudrehen. Indem wir jetzt hier einfach offen ein bisschen feuern. Eventuell macht er es. Wenn nicht, dann ist es halt auch nicht so tragisch, weil wir die Torpedos wahrscheinlich nicht hätten einsetzen können. Bevor sie wieder einsatzbereit sind, die nächsten dauert ja nur 35 Sekunden. Dann könnten wir wieder welche nutzen. Leider hat Tento anscheinend ein besseres Ziel gefunden und tut uns nicht den Gefallen, wieder zurückzudrehen. Dementsprechend haben die Torpedos natürlich auch keine Reichweite. Das wäre natürlich vielleicht eine Situation, wo es doch vielleicht nützlich wäre, mal Torpedo Safari zu haben. Dann hätten wir dort vermutlich ein oder zwei Torpedotreffer gelandet. Aber aufmerksam finde ich persönlich halt einfach gut. Gucken wir mal, ob wir dort von diesem Skill, von der Funkortung in der Runde auch nochmal später profitieren. Allgemein wissen wir hier auf jeden Fall, dass natürlich die Tento das dichteste Schiff ist. Dann ist die feindliche Fushun. Tento hier auf jeden Fall im Tunnelblick. Das heißt, wir können hier einfach ein bisschen mit unserer Hauptbatterie schießen. Haben hier auch einen Brand bekommen. Fushun leider unsere Opa rausgenommen. Immer noch ein relativ knappes Gefecht, würde ich sagen. 6 gegen 6 hier mittlerweile. Wir fahren aber jetzt in die Mitte rein. Versuchen jetzt hier das B-Cap zu holen. Nachdem die Fahrer gut und Tento jetzt hier weg sind. Allerdings müssen wir hier wegen der Fushun mal gucken. Die wird wahrscheinlich gleich hier das Camp blockieren. Da ist er auch schon. Hat aber zum Glück nicht mehr viel Leben. Da helfen wir natürlich nochmal schnell. Leider nur ein Treffer. Sehr schön, nochmal ein Brand hier gemacht. Sieht auch aus wie ein permanenter Brand. Und damit ist auf jeden Fall die Fushun draußen. Sehr schön. Wir sichern uns hier den zweiten Kill. Und die Fahrer gut. Schießt hier auf jeden Fall auf uns. Drift uns natürlich auf der hohen Entfernung. Nicht wirklich. Mittlerweile sieht es sehr gut aus. Der Black Yamato konnte dort auch noch die Minikase erwischen. Aber die Fahrer gut ist zurück. Cap ist blockiert. Da haben wir die Fahrer gut. Das ist natürlich nicht unbedingt ein Kampf. Den wir gewinnen können. Auch wenn wir hier von den Trefferpunkten her. Doch einen großen Vorteil haben. Die Fahrer gut ist halt einfach. Was die Hopp Batterie angeht. Deutlich deutlich stärker. Deswegen spielen wir hier auch Safety First. Neben uns hier. Ich möchte jetzt hier nicht wirklich. In kurzer Zeit. Meine ganzen Trefferpunkte. Verschwenden. Fahren aber aus dem Nebel wieder raus. Weil da kommen wahrscheinlich Torpedos. Hat uns aber geholfen. Dort nochmal schneller wieder nachzuladen. Die Fahrer gut. Glücklicherweise hier auch nicht wirklich. Gut was das Aiming angeht. Da kommen die Torpedos. Wie zu erwarten. 500 Schaden hier. Nur mit zwei Treffern. Jetzt nebelt sich die Fahrer gut hier. Gießen natürlich nochmal. Ich hoffe wir können ihn rausnehmen. Treffen hier nochmal mit zwei Granaten. Aber es hat leider nicht gereicht. Und mittlerweile auch hier die Fugutaka. und die Nürnberg von der anderen Flanke rübergekommen. Kostet uns hier leider viele Trefferpunkte. Sind aber jetzt hier zugegangen. Wäre natürlich nochmal um einiges knapper jetzt in dieser Runde. Wenn ich den Sims nicht dabei hätte. Dann hätten wir jetzt nochmal 1600 Leben weniger. Treffen hier aber wenigstens ein Torpedo Richtung Fugutaka. Die jetzt hier auch per Flutung rausgeht. Sehr sehr schön. Dort haben wir noch die Nürnberg. Warte ich mal bis er dort einmal mit der Hauptbatterie schießt würde ich sagen. Oder in eine andere Richtung guckt. Okay die Geschütze sind gedreht. Können wir hier noch das Feuer eröffnen. Und nochmal vielleicht helfen die Nürnberg rauszunehmen. Da kommen nochmal Torpedos. Von der Nürnberg hätten wir ausweichen können. Und damit ist auch die Nürnberg draußen. Und nur noch die Fahrergut ist übrig. Okay Funkortung beziehungsweise aufmerksam. Steigt auf jeden Fall hier nach links. Eventuell können wir uns hier sogar noch in der Runde die Krake genehmigen. Da haben wir die Fahrergut die wir ja schon runter geschossen haben. Und kriegen jetzt hier noch den Kill. Und die Krake. 50.000 Schaden wurden es am Ende. Mit 69 Zieltreffern. 3 Torpedotreffer. 8 Ausfälle. 5 Schiffe zerstört. 5 Brände. 3 Wassereinbrüche. 3 mal Skepp verteidigt. 1 Eroberung unterstützt. 2 Schiffe aufgeklärt. Und dann haben wir noch die Krake freigelassen. Wir bauen uns natürlich auch das Teamergebnis an. 2.200 Basis-EP ist in Ordnung. Auf jeden Fall eine solide Runde. Jetzt nicht unbedingt eine wirklich ultra verdiente Krake. Muss man dazu sagen. Gerade die feindliche Fushun. Die hatte natürlich nicht mehr viel Leben. Wo sie über unseren Weg gelaufen ist bei B. Aber auch die Fushun im Gegnerteam sehr gut gespielt. Schauen wir uns nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. Haben 207.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute. Das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung vom Panasiatischen Zerstörer auf Stufe 4 gewesen sein. Meiner Meinung nach ist es aber wirklich kein gutes Schiff. Wir haben hier wirklich eine unterdurchschnittliche Hop-Bewaffnung. Wir haben auf jeden Fall relativ schlechte Torpedos allgemein. Also ich bin auf jeden Fall kein Fan von diesen Vierer. Den Dreier und Zweier. Den habe ich halt auch nicht wirklich viel gespielt. Muss ich dazu sagen. Die habe ich halt übersprungen. Weil ich nicht unbedingt Lust hatte dort in so vielen Zerstörer-Gefechten zu landen. Mit den Panasiatischen Zerstörern. Die man halt nicht mit Torpedos treffen kann. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal auf den unteren Stufen aktuell. Aber von diesem Schiff hier bin ich auf jeden Fall noch nicht so wirklich überzeugt. Aber ich glaube ab der Stufe 5 wird es dort ein wenig besser. Und ab Stufe 6 gibt es dort dann ja sogar die Radarmöglichkeit. Was natürlich auch sehr interessant ist. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Haut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Leute. Haut rein. Ciao, ciao.